was geht ab ihr geilen klubschies herzlich willkommen zu einer ich bin fertig danke fürs einschalten das video ist vorbei wir sind wieder zurück in 7 days to die es geht wieder los wie in alter manier alter was war das ich bin dieses mal auch wieder mit am start und wir gucken mal was wir so machen können aber was war das für ein geräusch was ich habe keine ahnung zombie tier oder glaube ich so gut dann will ich mich jetzt mal auf den weg machen da hinten in die richtung da gibt es nämlich ein schatz den soll ich mir nicht gehört nämlich mit man ich lasse ich doch nicht alleine gehen so gut dann kommt mit ich trinke mal gerade was also ich habe eine bratsche und eine flasche kleber wenn gegner kommen ich kümmere mich drum so hauschen in die pfanne und gibt sie ein kleber auf den kopf aber so richtig hart wollen wir erst mal das haus hier plündern ich glaube da könnte was gutes drin sein der briefkasten ist schon leer müll ist auch lehrer müll kühlschrank ich glaube schon der mülltonne lehrer mülltonne ich glaube hier ist nichts mehr leere moderne toilette wenn du die benutzt dann ist sie nicht mehr leer so viel steht fest lehrer moderner lehrer medizinschrank okay ich bin raus lehrer modern haben der alles klar was geht bei dem was aber warte mal wo bist du ich bin schon ein bisschen weitergegangen ich weiß nicht wo es lang geht du lässt mich einfach so stehen wenn das haus stirbt dann stirbt du in das haus da ist da bin ich durchgerannt er sei lang gelaufen jetzt ist er weg aber es erwarte ich sehe nein er sieht mich man hat doch eigentlich anfangs 70 ausdauer ne war ich habe gerade irgendwas gehört ja da hängt da in der maisfeld alter was ist der falsch mit ihnen sir wo bist du ich kämpfe wo bist du ich kämpfe wenn bei so einer brücke am maisfeld angelangt ich kämpfe ich habe einen hitschlag im ersten stadium warum ich habe nicht mal was an vielleicht liegt es so ist der bitte der sinn so du bist an der brücke hat für eine brücke wo bist du denn hin ja ich werde sterben warum ich habe einen herzinfarkt hat wieder ein herz ist kein witz ist kein witz ich bin gleich weg und das war's von mir wir sehen uns dann im nächsten video nini so nicht oh shit hier ist eine hütte oh man was bin ich bloß für ein vollidiot da sind hunde ok du bist wirklich gestorben das ist scheiße das sind hunde ich habe gerade irgendwie voll die paranoie alter da hängt einer in den maisfeldern du dreckiger zombiesack ich bin ein zombie die musik gefällt mir nicht alter der fängt an zu sprinten hurensohn was fängt denn der auf einmal an zu sprinten alter sag mal bist denn du beglebt oder wird ich glaub das sagt bei der hat da jetzt schon mal auf zu sprinten du dicker sack alter weißt du was ja frisst meine axt ich bin hinter dir ich bin hinter dir ich bin gelähmt ich bin gelähmt so bin ich nun mal ich brauche ich laufe du kannst mich nicht hier lassen doch das können liegen lassen wie gelassen leg dich hin ich bin gelähmt ich weiß es doch alter ich bin der zombie schlechter alter was geht nachts bei den ab herausforderung echte kerle und kleber alles klar so ich hab das gefühl die haben und nicht power unterm sack gekriegt nachts aber so richtig warte da rennt wieder so ein pisser vorbei ich glaub das ist klubschie ich bin wir können mich alle mal nicht ich will ich wandere aus also ihr seht mich wahrscheinlich nie wieder ach da bei der brücke warst du du brauchst nachts einen stahl aus schwanz du hast hier keine chance den habe ich doch so schon ich habe gerade zwei zombies auf einmal was hab ich doch gesagt was hab ich doch gesagt dass man nachts einen stahl aus schwanz brau was alles klar ey das ist mir gar nicht aufgefallen dass du so eine scheiße gelabert hast man braucht nachts einen stahl aus schwanz was ist bloß los mit uns ey ich weiß es nicht das ist echt schlimm ja hast du keinen stahl aus schwanz dann gehst du nach hause die hier hat auch keinen stahl aus schwanz was ist denn die haste die alter ringelrangelrose oder was ja was willst du willst du auf die fresse kannst du haben alter alter halt's maul du scheiß schlampe auf die zwölf jetzt komm her ja wir brauchen echt mal waffen du ey boah ja ich weiß ich hab grad wieder zwei zombies getötet nice ich hab ne pistole ich bin der ficker du hast echt ne pistole ich hab ne pistole scheiße jawoll ey 8 schuss ja fuck so kurze frage man hat doch am anfang 100 leben gehabt da irre ich mich nicht richtig richtig so ja und auch 100 ausdauer woran liegt es dass ich jetzt nur noch 70 hab von beiden also je schlechter es dein charakter geht je mehr er durchmachen muss desto weniger wohlbefinden hat er und dadurch sinkt das dann immer wie in echt wenn du dich nicht wohlfühlst geht es dir nicht gut dadurch bist du nicht so fit und so weiter so ist das hier auch gemacht ok und wie kann ich dafür sorgen dass es mir wieder besser geht ich brauche deine hilfe hier sind zwei hunde immer immer trinken nie hungrig sein lassen schön warm sein lassen nicht zu heiß nicht zu kalt alles was man braucht um vorher schon glücklich zu sein weißt du doch ok also er muss sich wohlfühlen das ist eigentlich ganz easy gesagt aber man muss halt die sachen dafür auch haben ne ok ok gut zu wissen ähm wo bist denn du jetzt ich bin in der base ja warum durch meinen stahl aus schwanz wurde ich überall gejagt hab keine waffen und hab jetzt erstmal ein bisschen holz gefällt um gleich eine verteidigung und waffen für uns zu machen ich wollte mit dir den schatz holen du bist doch ständig alleine weitergerannt was willst du eigentlich von mir ich wusste doch nicht bei welcher scheiße äh dingens du bist bei welcher brücke du bist zweimal an mir vorbeigelaufen wir haben uns angeguckt und du bist weiter gelaufen ich hab grad einen zombie gehört was ist dein problem ey das ist weißt du ich werde da gejagt ohne waffen ohne rücksack rücksack genau rücksack hatte nichts und dann soll ich zum schatz gehen und den holen ja sicher easy ne ja hast du das geräusch auch gehört ja irgendwie mag ich das nicht ich auch nicht aber ich weiß dass es keinen weißen geist gibt oh ich hab einen zombie gehört den gibt es nicht richtig aber dafür gibt es zombies du 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 gleich kommt ein bigfoot um die ecke oder ein bär oder ein bär das wäre noch schlimmer da ist ein bär oder das ist nur ein stein ich dachte das ist auch ein bär ja leute falls ihr euch fragt oh zombie wie machen die das nur fragt euch das bitte nicht wie machen wir was das ist glaube ich die bessere frage wir sind absolute lebende legenden wir sind lebende überlebenslegenden warte überlebenslegenden alles wir sind lebende überlebenslegenden ok nenn den part bitte so mach ich liebende überlebenslegenden scheiß auf berg wilds alter ich trinke nicht nur meine eigene pisse ich trinke mein eigenes blut der heißt nicht mal so nicht wie heißt denn der ne berg wilds ach ja berg wilds alter ich gull mir auch gleich ein da warst du wohl etwas jo da wollte er schnell einen spruch raushauen aber er hat keinen oh hier ist ein zeltlager er hat elendig versagt oh ein zeltlager alles berg wilds die schabang sie waren ganz alleine im wald überall hängt ein pädobär alter ich bin gleich beim schatz ich bin gleich da ja jay ist er das hier das ist er das ist er was muss ich hier jetzt machen ah ich muss hier rauffauen Leute ich muss hier mehrere sachen kaputt hauen und indiana jones alter was spielst du für ein spiel ich weiß es nicht wieso krieg ich jetzt wieder ein herzenfakt ich glaub dein charakter marcus ich bin hier fast gestorben alter oh bitches bitches das kannst du nicht mehr machen man ich bin hier am chillen ich hab mich so erschrocken alter ich muss mit dir in einen horrorfilm gucken oh ne bei horrorfilmen ist es ja nicht so schlimm nein aber bei so nem spiel ne bei horrorfilm bin ich eigentlich echt ziemlich entspannt aber das ist hier irgendwie gerade ziemlich uncool das ist irgendwie die ganze kulisse hier gerade f*** mein leben alter ich hab nur noch 24 hp 19 14 hp alter ich hab 14 hp und die hatten erste hilfe verbannt set oh geile krankenschwester alter o alter boah ich bin fertig ey ohne spaß boah ok ich glaub dann auch dass das ganze für eine folge reicht wir wollen ja auch nicht zu viel bringen Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich freue mich immer wieder mit dabei zu sein, Glubschi. Und ja, dann übergebe ich mal die letzten Worte an dich, ne? Ja, warte, ich würde gerne noch schnell den Schatz holen. Ich weiß nicht, ob... Hast du den noch nicht? Ne, ich musste da irgendwie was aufgraben. Aber ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt aufgegraben habe, Kudelbrocken habe ich da rausgekriegt. Aber das kann ja jetzt nicht das gewesen sein, was ich kriegen sollte, oder? Kann ich mir schlecht vorstellen. Komm her, du fucking Zombie. Komm her. Komm her. Komm her. Komm doch her. Lalalalalala. Hör auf, hier in den Nazi-Cruise zu machen. Äh, ne, Hitler-Cruise heißt das ja, nicht Nazi-Cruise. Was trennen die denn immer wie so einen Bekloppten um meinen rum, Alter? Ich treffe die Schlampe nicht. Weißt du was? So, jetzt habe ich die erschossen mit der Pistole. Äh, lockt Schussgeräusche irgendwie noch mehr Zombies an? Da kommt schon wieder einer. Ich hasse mein Leben, Alter. Alter, wie viele Zombies ich hier schon getötet habe, äh. Okay, die Leiche hat wieder gefurzt. So. Boah, der Schrecken, ey. Der war aber auch. Ah, hier ist ein Rucksack. Kurzer Schrotschlindenlauf. Holzknüppel. So, der Schatz, der soll irgendwie. Der soll. Du erleidest einen Hitzeschlag. Okay, erstmal was trinken. Hast du schon mal so den Schatz ausgegraben? Ganz ehrlich? Ne. Also, ich kam hier halt an und bei dem Schatzsymbol war irgendwie so ein, äh... Brocken aus Stein, den habe ich abgebaut. Ich dachte, dass da unter irgendwie was liegt, aber... Weiß nicht, ob das jetzt der, äh, Rucksack war, der da unter war, oder... Hm, naja. Äh, gut. Dann beenden wir hier die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss. Tschüss. Tschüss.